In diesem Video wollte ich dir ein kurzes Update geben zur Meditation Academy. Und zwar gibt es zwei große Updates. Auf der einen Seite wird es in den nächsten Wochen möglich sein, die Kurse wieder einzeln zu kaufen mit den Single-Preisen dafür. Da sind wir gerade beim Programmieren dabei. Und auf der zweiten Seite wollte ich dir noch einen riesigen Vorteil mitgeben, denn du vielleicht noch nicht weißt, und zwar ist es ab jetzt möglich, den Lifetime-Account, Dinge, die du schon vorher bestellt hast, wie zum Beispiel in so einem Astral-Raisen-Kurs oder in einem Super-Learning-Kurs, dass du das gegenrechnen kannst im Lifetime-Account. Das bedeutet, falls du jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel in einen Kurs gekauft hast für Summe X und du möchtest jetzt den Lifetime-Account haben, dann schickst du uns einfach ein Ticket und sagst, hey du, ich habe, liebes Ticketsystem, ich habe vor drei Jahren diesen Kurs gekauft, der hat damals so viel gekostet, ich hätte jetzt gerne einen Lifetime-Account für Summe, was es gerade aktuell kostet. Dann stellt dir unser Ticket-Team, unser Support-Team einen Gutschauen aus und rechnet dir das gegen, damit du dann sozusagen den Zwischenpuffer hast für den Lifetime-Account und sozusagen das, was du vorher bezahlt hast, rückgerechnet bekommst im Lifetime-Account. Das wollte ich dir so als Information mitgeben, weil da kamen jetzt in der letzten Zeit sehr viele Tickets von Leuten, die gesagt haben, na, ich würde das gerne, aber ich habe schon drei Kurse gekauft und ich bin jetzt bei Kosten 400 Euro und jetzt muss ich nochmal so und so viel zahlen. Jetzt haben wir einfach entschieden, dass wir das einfach komplett gegenrechnen, egal wann du was gekauft hast und dieses Angebot gilt von mir auch Lifetime. Das heißt, wenn du immer was gekauft hast und du willst in zwei Jahren jetzt sagen, ich will deinen Lifetime-Account haben, dann schick uns einfach ein Ticket und wir kümmern uns darum und schicken wir dir einen Gutschauen mit dem Gegenwert. Und wie gesagt, in eins bis maximal zwei Wochen ungefähr ab jetzt wird es dann auch möglich sein, die Kurse wieder einzeln dazukaufen und ja, das wollte ich dir nochmal so Bescheid geben. So, noch ein kleiner kurzer Nachtrag, um einfach die aktuellen News zur Meditation Academy zu geben. Es gibt jetzt einen Kurs, nennt sich Meditation Guru Meditationstechniken. Der sieht so aus und dieser ist in der Academy verfügbar. Das ist ein Unlimited-Kurs, der ist komplett kostenfrei. Das heißt, du musst dich nur registrieren mit dem Basic-Account und dann kriegst du dort dreimal die Woche Meditationstechniken, Induktionstechniken und Meditationstechniken an sich, mit denen wir auch in der Meditation Guru Telegram-Gruppe auf gruppmeditation.com meditieren. Dann ist gerade in Produktion der Meditation High-Kurs, das ist ein 21-Tage-Programm, wo du lernst, wie du in einen Zustand kommst, wo ich dir garantiere, dass du in jeder Meditation eine außergewöhnliche mystische Erfahrung machen wirst. Dann ist gerade dabei der Brainwave-Guide, den produziere ich gerade und dann haben wir als nächstes dann den Kabbalah Chronicles, der ist schon ein Viertel hochgeladen, da kommen jetzt auch laufend neue Videos, da habe ich, wie gesagt, einen Großteil schon hochgeladen. Dann der Seelenreisen 1-Kurs ist schon komplett vollständig hochgeladen und der Awake-Kurs ist auch schon komplett gefilmt und wird gerade geschnitten und wird auch in den nächsten 1 bis spätestens 2 Wochen ungefähr vollständig hochgeladen sein. Ja, und dann sind wir gerade dabei, einige neue Kurse zu produzieren, aber ich werde noch nicht genau sagen, welche. Lass dich da überraschen. Okay, einen verrate ich dir und zwar einer, da wird es um das Thema Erleuchtung gehen, Erleuchtung in sieben Schritten und was sind die Phasen, wie man da hinkommt. Da sind wir gerade am drehen und ja, freue mich drauf. Wie gesagt, wenn der online ist, werde ich dir einfach eine Mail wegschicken. Ich verlinke dir hier unten drunter, beziehungsweise jetzt hier in der Infocard, wo wir nach dem Video die Möglichkeit, wo du auch das Ticket schreiben kannst, für den Fall, dass du etwas gegenrechnen möchtest, falls du zum Beispiel schon einen Kurs gekauft hast. Also, dir einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss.